Heute ist Xmali, also mein Freund Emil und Dr. Peter Wegmann am Start. Wie ich finde, Rejo. Ah, schön, dass ihr noch reingeschaltet habt. Peter, du machst auch ein Video, oder? Peter, machst du gerade ein Video? Ja. Wie heißt du? Ich heiße Dr. Peter Wegmann, aber ich habe keine Live-Videos. Echt? Ja, ich habe echt keine Live-Videos. Daniel, kannst du bitte bereit machen? Du machst kein Video, lüg nicht! Guck, ich mache keine Live-Videos. Auf was? YouTube? Ich bin ein YouTuber. Ja, ich heiße auf YouTube. Sag aber, hey, ich heiße mich in Fortnite. Hey, so, und ich mache keine Live-Videos. Das geht bei mir nicht. Ja, aber bei mir nicht. Ach so, wenn du das hochladest. Ja, ich kann, ihr könnt es erst an und dann jetzt hochladen. Okay, Peter. Ich schwöre auf alles, ich schwöre auf Gott. Ich schwöre auf alles, du machst gerade ein Video. Ich schwöre auf alles, du machst ein Video, Peter. Ich schwöre auf Gott, ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf alles, ich schwöre auf alles. Ja, ich habe gerade nur ein Video. Okay. Houma los. Ja, ich schwöre auf alles. Ja. Okay. Queda in mir lasse ause. Ich lasse da noch. Hm. Und Freunde, vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und einen Like dazulassen. Das wird mich mega, mega freund. Bitte bei mir auch nicht. Bitte lass mir auch einen Like da. Und abonniert seinen Kanal. Und sagt, Peter, sagt doch bei YouTube, abonniert auch meinen Kanal. Und Freunde, wir noch Glocke aktivieren, bitte. Bei mir. Tana Face. Ja, Tana Face. Mit einem Bandanprofilbild. Daniel. Tana Face. Komm her. Ey, Tana, schau mir grad nicht hin. Du machst auch ein Video ab. Ey, Tana, ich hab grad dein Video angemacht. Nicht gestart, wirklich. Ja, ich sag doch, ich bin ein YouTuber. Habe, guck, wirklich so ein Video. Was geht, Peter? Was geht? Daniel, guck auch mal ein Video. Was geht, Peter? Daniel, du hast auch halt irgendwie ein Kanal, ne? Stimmt was? Daniel, du hast auch halt irgendwie ein Kanal, ne? Stimmt was? Der hat ein Video gemacht. Ich bin auch ein YouTuber. Ich bin auch ein YouTuber. Er hat ein YouTuber gemacht. Ich bin auch ein YouTuber. Er fehlt. Bissau, bist du noch ein Junge. Bissau, bist du noch ein Junge. Damian hat zwei Videos gemacht, ne? Der zeigt so seinen Tisch, ne? Damian hat zwei Videos gemacht, ne? Der zeigt so seinen Tisch. Und Mama, macht er doch mit seinem Stift so zu seinem Tisch dran. Und Mama, macht er doch mit seinem Stift so zu seinem Tisch dran. Was ist das für ein Geräusch? E**T! Was ist das für ein Geräusch? ist es jetzt ja ja ich habe die gefunden die kann wenig zu machen ich habe den kugel ich habe den kugel ich habe den kugel Wieso? Leute, ich bin weg! Wo, du bist weg? Ich hab ne blaue Star! Wie? Wie? Wie hat man denn... Ach so, ich kenn die Stars. Oh mein Gott. Und Leute, ihr wisst schon, dass Wannabe in Cola-Youtuber ist. Ja, das weiß ich. Leute! Aber für mich ist da kein guter YouTuber mehr. Wisst ihr wieso? Wieso? Weil mein Bruder sagt, er ächelt Quatsch. Du glaubst wirklich einem Bruder? Extra? Ja Junge, was denkst du denn? Mein Bruder hat ihn auch aus Versehen als Kind geguckt und dann hat er das herausgefunden. Wie alt ist dein Bruder überhaupt? Nein, er lügt. Peter, wie alt ist dein Bruder? Ja. Wie alt ist dein Bruder? Er ist 14. Ja. Ja. Weißt du wie alt meine Schwester ist? 20? Nee, meine Schwester ist 13. Meine Schwester ist 13. Digga, komm, wem kommt das Geräusch! Aber meine Bruder ist dann deine Elter als deine, ne? Ja, eine Elter. An welchem Jahr ist dein Bruder geboren? 2008, ne? Nein, dass ich jetzt auch nicht sage, mein Bruder will nicht, dass man das an ihm sagt. Dein Bruder ist 2008 geboren? Nein. Und was findet man schon jetzt heraus? Er ist nicht 2008 geboren. Doch, echt. Wenn meine Schwester 13 ist, meine Schwester ist 2009 geboren. Wie alt ist deine Schwester, Dr. Pete Winkmann? Meine Schwester ist 15. Meine Schwester ist 15. Meine Schwester ist 15. Ah. Und mein Bruder, der alt, und ein Bruder von mir ist 18 und der sagt auch, dass das Warno wie Quatsch erzählt. Wer hat hier den ältesten Bruder? Ihr oder ich? Ich hab nicht schuldig. Ich hab nicht schuldig. Die alt ist die 20. Und mein Bruder ist auch fast 20. Und das Beste ist, er kriegt zwei Tage untereinander geschenkt, weil er hat an Weihnachten Geburtstag. Ja, an Weihnachten. Ihr wisst schon, dass du gerade in die falsche Zone fährst, ne? Reicht auf, ne? Reicht auf, ne? Jaaa. Aber meine Mutter, die holt, die holt, die holt gerade meinen Bruder ab. Das macht gerade meine Mutter. Das heißt... Ja. Kann doch nicht alleine kommen. Das heißt, vielleicht einen Pfad hat auch gefrescht. Aber das schlägt uns nicht. Ja, die Böse auch nicht. Schlägt aber ein Pfad. Vielleicht kriegt er einen. Und dann auf die Fresse, Junge. Junge, 2 gegen 2! Ja, 2 gegen 2! Ich spiele nicht du so ernst. Ja, mein Bruder kann doch dann auch ernst spielen. Und willst du, dass der ernst spielt? Ja. Ja. Ja, natürlich mein Bruder. Ja, natürlich mein Bruder. Ja, natürlich ist mein Bruder stärker. Ja. Er hat größeres... Er hat ein größeres Gehirn als wir. Keine Ahnung, wieso ich jetzt Gehirn gesagt habe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin jetzt in der dritten Klasse. Oh mein Gott. Ja und? Ja und? Oh mein Gott. Ja. Ja, aber ich bin in der... Ich muss Montag in einer Schule gehen und ich habe OGS bis 16 Uhr. Ich habe OGS, Leute. Ja und meine Bruder haben bis 18 Uhr. Dein Bruder hat bis 18 Uhr. Ja und mein Bruder hat echt bis 18 Uhr. Ja und mein Bruder hat echt bis 18 Uhr. Oh mein Gott. Ja, aber schießt an. Nein. Ich erstelle da einen Rassigen Gangkugel, Leute. Bei mich selber. Hallo. Was ist da? Mein Bruder schreibt auch viel mehr Arbeiten als jedes Länge. Mann, Daniel. Er hat mich geholt. Warte, dein Gehirn ist voller Wissen, ne? Oh. Oh. Helft doch Daniel. Helft Daniel. Helft Daniel. Er hat ihn ja... Helft doch Daniel. Warte. Warte. Holt mich schon wieder, holt mich wieder. Warte soll mit dem Verhabe sind. Damit die schlimmer werden. Oh. Ihr habt beide wie Lena und das... Ich weiß noch, was haben wir denn das war. Das ist kein Gegner, das ist ein Bot. Ich habe einen eben vollen Headshot reingedrückt. Ich habe auf dem Messer seinen Penis reingedrückt. Mein Bruder ist jetzt da. Aber er muss erstmal eine Pause machen. Jetzt, wo 18 Uhr ist, er hat ja nichts. Es ist nicht 18 Uhr. Leider ist es nicht 18 Uhr. Oha! Hey, die Community ist doch da, Junge. Was? Die Community ist doch da. Ich habe sie voll vergessen. Wow, ich bin da, Leute! Okay, David, das ist mir. Hat jemand Parkmunition für mich? Parkmunition für mich! Leute! Habe ihn! Wormshot! Leute, ich will den Haikälen! Gib mir einen Parkmon! Leute, können wir den Haikälen! Ich habe einen 44er! Ich habe den Maschinen besucht. Wie viele Pilz habt ihr? Ich habe einen. Ich habe zwei. Ein, zwei. Ich weiß. Das weiß schon jeder. Was ist 1 minus 1? 1 minus 1. Was ist 1 mal 1? 1 mal 1 ist 2. Nein, 1 mal 1 ist 1. Ich habe es vergessen. Denien. Holt ihn dir. Holt ihn euch. Den Baum. Ich habe einen. Holt ihn euch. 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 Geht euch alles, geht euch alles Leute! Hebelschröpflinse gehört mir Jemals halt jetzt weiter Ich auch, ich auch Ich will dir was geben Guck mal, es gibt endlich Guck mal, es gibt endlich eine Waffe Und es gibt wieder die hier Leute, guckt Ja, es gibt wieder die hier Es sind vier Gegners Also eins Ja, Peter Hier Gön ihn dir Hast du das Brauchst du denn jetzt? Okay Leute, ich hab ein Jumpit, kommt mit Nein Nein Basta Ey Leute, wir brauchen eins für den Haken Wir brauchen eins für den Haken Wir brauchen eins für den Haken Das sagt mein Bruder Weil wenn man den Haken hat, dann kann man damit immer abhauen Da sind drei Stück Das sind zwei Ich hab wieder Haken Ich hab wieder Haken Ich hab wieder Haken Ich hab wieder Haken Leute, das wird wirklich ein Haken Das wird wirklich ein Haken Ich hab wieder Haken Ich hab wieder Haken Leute, das sind die letzten drei Die letzten drei Die letzten drei Überleben Nein, Leute Warte Ich hab dich Weiter Heil dich Brunio Heil dich doch Ja Leute Da mehr Haken Ich kann nichts machen Ich hab einen Fick Hey Ich hab ihn runter Das sind echt Rang sprayers Ja Da ist er Ich bin jetzt zurück zur Lobby. Ich bin jetzt kurz was zu trinken. Ich auch. Ich hab den neuen Stiefel und den Bärchen hingegleitet. Ich hab Lila. Ich hab Bettelsternen nur. Ich bin jetzt hier. 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 Mein Großvater ist gestorben. Ich bin jetzt hier. Songs Ja, ich bin jetzt hier. Und ich bin jetzt hier. Ich hab gar keine Lust. Ich esse gerade hinterher ein Hippo. Ich auch. Ich will mir auch rächen. Das sieht man aus. Ich hab. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020